Na, hm? Sie fragen sich schon. Ganz malerisch hier. Es ist gut, mit den Blatt an den Bäumen, das ist hier noch nicht. Aber hier können Sie auch das Holen der Wolfe hören. Na, und hier sind natürlich... Nein, im Ernst, hier gibt es tatsächlich auch noch Wolfsspuren im Wolfskulenpark. Und ja, das ist der Wolfskulenpark. Der hat übrigens auch recht viel mit, naja, Goethe und dann gibt es da auch noch einen Bürgermeister Mohr. Ja, und noch Mohr gibt es, wenn Sie am 26. April kommen. Denn da ist es wieder. Riemen anders als immer. Mit Haloper durch Katentur. Treffpunkt vor der VHS in der Theodor-Bild-Rothstraße. Also. Wir sehen uns. Hm? Oder? Doch. Geben Sie nicht einen Ruck. Hm? Bis dahin ist auch bestimmt so schönes Wetter wie heute. Bis dann. 26. April. 26. April. 26. April um 16. 26. April 16. 10 Uhr. Haben wir doch, oder?